Jo mein Lieben Joshua und ich merke schon wieder, ich höre meine eigene Stimme nicht und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Thrones und ich hoffe das Video kommt pünktlich und deswegen würde ich einfach sagen wir starten direkt in die neue Folge rein, letztes Mal haben wir uns ja verletzt, waren bei diesem Meister, also wir sind halt in dem Dorf angekommen, waren bei diesem Meister, der hat uns versorgt und wieder alles und jetzt sozusagen ging es bei einem anderen Typen los, nachdem wir zur Mauer geschickt wurden, bei diesem Ethan, glaube ich, geht es jetzt wieder los und, ja, Alter. Ethan? Ethan! Ja, machen wir mal ein auf nett, du hast mich gefunden. Du hast mich gefunden, gut gemacht, Ryan. Du hast mich gefunden, es ist nur ein Spiel, Ryan. Ein Spiel dummer, ich mag es nicht. Du hast Angst, dass du weg bist. Ich dachte, dass du dich nicht wiederholt hast. Ich bin hier, und ich versuche, ich bin nicht zu gehen. Ich wünsche mir mir hier, und Asha, und Roderick. Ja, der kommt schon klar, Alter, der kommt schon klar, wie wir gegen die Wachen da gekämpft haben. Der kommt schon klar. Du hast mich verletzt, bei diesen Whitehill-Mann. Niemand wird mir erzählen, was Gerard getan hat, aber es muss sein, dass es sehr ernst ist. Ich hörte Duncan und Sir Roiland sprechen. Sie sagten, dass jemand hier kommen, um eine Revenge zu kommen. Jeder ist über dich, aber ich bin nicht. Ich weiß, dass du uns beschädigst hast. Wer hat gesagt, dass sie mich über mich verletzt haben? Na, Sir Roiland hat einen, er sagt, dass du nicht zu kämpft hast. Was? Und er hat dich einen Milch-Sopf gemacht. Sir Roiland verletzt er sich selbst. Ich bin nicht egal, was er sagt, ich kann mich verletzern. Was hat Mel verletzt mich? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Ethan, du solltest du Sir Roiland erzählen dir, wie zu schädigen, wie ein Mann. Er hat sich Roderick und Asha, und er hat mir auch gezeigt, wie zu kämpft. Ich meine, ein König muss wissen, wie zu kämpft. Ich meine, ein König ist, wenn wir hier alle spielen. Ich meine, ein König ist. wenn wir hier alle spielen, hier, ich, Roderick, Asha... Wir alle wären hier für Stunden. Ja! Wo bin ich? Du bist noch nicht geboren. Es ist so viel Spaß. Aber dann, 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 alles verändert. Roderick wurde so sehr ernst, der Lord in Training. Aber wir müssen womöglich ernst werden, weil wenn wir wie ein Kind bleiben können wir niemanden beschützen So viele Videos So viele Videos Wir müssen jetzt die Warum nicht? Herr Ethan, Sie sind in der Great Halle einmal! Richtig, auf Ihren Geheim! Was ist das Problem? Lord Wytale ist gekommen. Unbekannte und sicherlich nicht erwartet. Er hat sich vorbeigehen. Er hat sich vorbeigehen. Kann er nicht mit Duncan treffen? Er ist der Castellan. Bleib mit uns. Bitte, Ethan. Er hat sich vorbeigehen. Es wird schon nichts passieren. Wir gehen einfach. Es ist eure Entscheidung. Du bist der Lord. Wenn ich der Lord wäre, dann würde ich mich mit ihm sagen, dass er seine Familie ist. Alles klar. Wenn das, was von mir braucht, dann geht's gut. Dann geht's gut. Das ist das, was von mir braucht. Dann geht's gut. Schau doch nicht so, Alter. Mir wird schon nichts passieren. Es ist ja nicht so bloß, weil der eine Typ mit mir reden will, dass ich gleich sterben will. Ich bin nicht so bloß. Ich bin nicht so bloß. Der Lord Whitehill ist in der Lager. Ich glaube, dass du mit dem Lord Ethan erzählst, warum sie hier sind? Wir haben mit Garrod. Ich habe ihn gesagt. Der Lord Whitehill weiß, dass Garrod ein Schwer zu diesem Haus ist. Oder war, glaube ich. War, war. War. Es macht keine Unterschiede. Die Whitehills waren sicherlich in der Fall. Ich glaube, ich sage ihn nicht. Ich sage ihn nicht. Ich sage ihn nicht. Ich sage ihn nicht. Jetzt machen wir es wieder. Wir machen es nicht so, was sie nicht. dass er nicht mehr als er ist. Er hat fünfmalen mehr als viele Menschen. Und die Rückwärtsung der Haus Bolton. All die mehr raguhe, sich für uns selbst zu stehen. Es gibt nur Schwierigkeiten und sterben Menschen Ich weiß es nicht so, ich weiß es Ich habe es gewusst. Ich stelle mich nicht auf die Probe, ich schlachte nicht auf. Du kriegst von mir gar nichts. Ach, deine Mutter ist ein Anfänger, komm her. Ach, beruhig dich. Komm her, wir kämpfen eins gegen eins. Sie haben uns auf die Generationen gemacht. Nun die Starker sind noch nicht mehr dabei, um dich zurück zu haben. Wir sind die Macht im Norden. Ruse Bolton ist der Wartner des Norden. Ja, und wir haben ihn als Bannermen für fünf Jahre altes. Du k***. Herr Ethan, du verlierst das. Das ist genug, Herr Whitehill. Ich bin nicht fertig. Vielleicht, wenn du so grönt mit der Ironwood, was denn passiert? Hm. Ach, der Huernsohn. Ja! Schö- Ihr habt die Familie getötet! Ihr habt seine Familie getötet! Er hat getan, was jedermann tun würde. Ihr habt seine Familie getötet, nicht Soldaten. Die Soldaten sind 100 von der Typ. Wo ist der verdammt Coward? Wo ist der verdammt Coward? Ich weiß, dass er hier ist. Er wurde in die Tür. Wer hat ihn in die Tür? Entschuldigung! Wer ist derjenige, der hat das gemacht? Ich habe das gemacht. Was? Das war meine Schuldigung, dass du mitgebracht hast. Und du hast mich verabschiedet. Ich werde nicht verlassen, bis ich meine Schuldigung habe. Das war meine Schuldig. Das war Ruß Bolton. Das war Ruß Bolton. Mein Gott, was macht denn mein Laptop da? Es ist vorbei wenn ich das sage Get out! Get out of here! Raus hier, so scharpe Das hat ihn jetzt richtig gejuckt Das hat ihn jetzt richtig gejuckt Er hat nur noch Mittelfinger gezeigt hinterher Ich war falsch über dein Sohn, m'lady Er stand zu ihm wie ein wahrer Herr Du warst brav, mein Sohn Aber du musst noch braver sein, wenn Ramsey Snow kommt um zu sehen, dass du die Knie aufbauen Berecht dich, Raven Wir müssen ein Wort zu Mira in King's Landing At once Eigentlich könnte ich hier die Folge beenden Aber machen wir noch ein bisschen weiter Mira Forrester Roter Bergfeld Königsmund Wenn es zu ihm ist, wie es sein sollte Also jetzt die Schwester, was können wir mit ihr machen? Verstaubtes Buch Wunders made by man Ein Lomas Longstrider Ein Gift von Rodrik Weiß ja auch schon, dass der Rodrik gestorben ist Ne, ich weiß ihn nicht Schade Unfertigter Brief Lesen wir Ach, weißt du nicht mal, dass ihr Vater gestorben ist? Junkelsche Münze Junkelsche Münze Es ist gar nicht so schlimm dort Geschnitzter Eisenholzbaum Geschnitzter Eisenholzbaum Ethan macht das für mich Die weiß gar nicht was passiert ist, gell Rosengarten Brosche Es war sehr nett von Frau Marjorie Es war sehr wunderschön Frau Marjorie, um das zu mir zu geben Es war einmal zu Frau Elena Elena Ich sitze hier voll unbequem Kann man noch machen, ne? Ich würde mal sagen, rushen wir hier nicht so durch Und schauen wir uns mal alles an Fenster Kann man das überhaupt Fenster nennen, wenn da kein Glas drin ist? Brief von Mutter Lesen Ach, das war das, was die Mutter uns geschickt hat Bestimmt Was ist das denn? Was ist das denn? Ne, komm rein, Alter Das ist so ein Kohlenjunge Der tut so die Kohlen, ähm, austauschen Weil man hat ja Kohlen benutzt, damit in der Nacht nicht kalt ist So für Ofen Seht ihr da? Seht ihr da? Beggin your pardon, m'lady, but Are you all right? Well, 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 well If you don't mind my asking, you seem rather upset I'm fine, thank you Of course, m'lady I'm fine Please hurry if you can Lady Marjorie will be here any minute Of course, m'lady You work for Lady Marjorie? Alter, mach doch einfach schnell Und stell doch nicht unnötige Fragen But it seems like you do Ich bin ihre Handmaiden That's what I thought I've seen you with her before You seem like good friends Beeil dich doch, Junge Und hör auf mit mir zu bleiben I saw Lady Marjorie just this morning outside the royal set Talking to Queen Cersei Cersei? They appear to be having some sort of disagreement I couldn't hear much, but What did they say? I couldn't hear much, but I know they were talking about the Starks and House Forrester House Forrester? I hope you're not in any kind of trouble But I thought you ought to know Most people don't tend to notice a cowboy Like not in King's Landing With so many Lords and Ladies about You see and hear all sorts of things When people don't even know you're there Good night, m'lady I don't know 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 Oh Lady Marjorie You're early I was hoping there would be time for us to talk Come There's something we must discuss Yes Aha Okay From the day you arrived in Highgarden I thought of you more as a friend than as my handmaiden A dear friend in fact Thank you, my lady Thank you, my lady And you know how I feel about what's happened to your family I feel your pain as if it were my own What you've suffered is beyond imagining And you're poor family as well You're very kind, my lady Of course, Meera But you must not despair We will get through this together Thank you, she You must understand there are limits What I can say Especially here in King's Landing Now that I am to be Queen To have a handmaiden from the north Whose family fought for Robb Stark It raises questions at a time I can least afford Cersei herself cornered me this morning outside the royal sect She mentioned the northern girl in my service And she painted you a traitor What? She was very pleased with herself She was very pleased with herself I'm not a traitor I'm not a traitor I'm not a traitor Of course not It's only an excuse to torment you And by extension me She demands an un... Ü...übrigens Diese Cersei Weil die die sprechen da Das ist sozusagen Die Königin Sozusagen Halt die Königin von dem... Die... Die Mutter von dem König Deswegen ist sie so Die Königin Aber sobald der König mit dieser Mit der wir grad reden Verheiratet ist Ist sie nicht mehr die Königin Deswegen Machen wir weiter Die Königin Sie wollen An apology Of some sort For what? I don't know But... She's waiting for us now And I promised I would bring you to her I wouldn't ask this of you If it were not important I cannot afford any conflict With Cersei I'll do as you ask, my lady I knew I could trust you Humor her Tell her what she wants to hear See if the Queen Regent is ready to receive us Was glotzt du so? You'll be fine I know you well You may feel one thing But you must say another Mache ich mache ich Ich lüge dir ja Good luck Thank you Und genau hier Machen wir beim mix mal weiter Ich sehe wir haben gerade eben Die 20 Minuten erreicht Ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn ja zeigt es mir mit einer Bewertung Schaut euch die Playlist an Wenn ihr die Videos davor noch nicht gesehen habt Weil da habe ich alles reingepackt in die Playlist Die müsst ihr auch jetzt gleich so aufploppen in der Endcard Deswegen muss ich jetzt das nur alles Rechtzeitig beenden Und hoffen dass das synchron ist Deswegen haut rein Machs gut Und tschau grabsambled falls die sicher Digital stories third Und die